Musik 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 Folge TDT Hallo Wieder mit den üblichen 6 unterwegs in der RUBA Gott Nein DALU Irgendwo Irgendwo ist der Peter hängen geblieben Er lebt noch Für ihn ärgern Ich häng auch nicht mehr Das ist der Christian Wer ist denn das hier? Ich dachte hier gehts irgendwo lang Ist ja langweilig Aua Leute Ich krieg Damage Hast du gerade mal auf mich geworfen Chris? Ich krieg Damage ich sterbe Wer war gerade in der Küche Wer auch immer gerade in der Küche war hat so ein Ding angemacht dass ich draufgehe DALU 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 Ich werde jetzt sterben Wo ist der denn? Ciao Welt Ciao Welt Alles klar Wer ist denn jetzt hier noch am Leben? Ram lebst du noch? Ja noch Wow Die HUGE ist halt scheiße Die HUGE ist echt kacke Was ist denn bei Peter passiert? Ich weiß gar nicht wo da gewesen ist Wieder mal eine Traitorfalle Aber das ganze war halt so der Schatten Warum kriege ich den mal her Ich kannte die Traitorfalle nicht Offenbar gibt es eine Verbindung Zwischen der Küche und dem Gang Und da war ich drin Und als Traitor kann man da zu machen Und dann kriegt man lange So als wenn du da so Rattengift rein tust Und wird alles abgelegt und du kriegst Damage Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mal wo die Küche ist Die ist da bei dem kleinen Raum mit den Sexy Boys Ich fand halt geil dass du dir diese Fragen alle so gestellt hast Warum ist denn das hier zugegangen? Warum geh ich jetzt schon Ich wusste halt echt nicht was Sache ist so Ich war ein bisschen überfordert Haben wir gar nicht gemerkt Ich dachte am Anfang explodiert irgendwas in der Nähe oder so Ich dachte Also ja Fuck you Hier ist die Falle drin Achso da du weißt das eh Na Peter geh nochmal hin Geh nochmal hin Bram Da snipet jemand Pass auf Bram Da drin ist er Ja ich weiß Nicht da reingehen Bram kann da durchgehen Traderkollege wütet ja nicht anmachen Das stimmt Verpiesel dich Oh das sind gar nicht viele Da würde ich auf jeden Fall rein Oh wo ist jetzt die Roll LOL Okay der ist tot Nein der ist nicht tot Der war da nicht einer drin Ja der ist aber wieder raus gekommen Wo ist denn diese Falle? Der bist da drüben Der die Falle Jay ich zeig dir die kurz Nein dann sterbe ich bestimmt Nein nein du musst da ja nicht reingehen wir können uns da vorstellen Wo bist du? Waren nicht gerade noch alle in diesem komischen kleinen Raum drin? Ne ich bin in dem kleinen Raum Da du verpiss dich Ich guck mich hier nur um Mhm Ich war hier noch nie Deine Mutter war hier noch nie Da Ne doch wer ist das? Christian Ne du weißt wo das ist ne? Achso Sie bekommt von mir Sie können hier alles mögliche bestellen Was hätten sie denn gerne? Wir sind ein 1 Euro stopp Hier gibt es alles für 1 Euro Geil dann hätte ich gerne nen Burger Ne der ist einer Bram Ich geh kurz in die Küche und mach nen Burger Bram stand gerade mit nem Kopf gegen die Wand Und hat glaube ich gekauft Das ist nicht gelogen Christian ist Schreiter diese Runde Das ist nicht gelogen Und Dalu hat übrigens zugeguckt und nix gesagt Ja Ich hab auf dich geguckt Naja ich wollt's nur mal sagen Da ist gerade einer gestorben Der hat gerade einer gesagt Oh shit Sepp lebst du noch? Ich leb noch ja Dalu oder Jay? Ich steh hinter dir Alles cool Ne du stehst nicht hinter mir Ich steh hinter dir Okay dann heißt Chris Achso du stehst hinter mir Dann heißt Chris oder Peter sind tot Einer von beiden Dann heißt der andere is it Christian ist tot Peter is it dann Wo waren die denn? Da ist Peter Da ist Peter Nein da glaube ich nicht Glaube ich nicht Ich glaube nicht dass Jay tot ist Hallo Sepp Müsste Peter beide getötet haben Traust du Peter nicht zu? Sag mal was Peter Trau ich dir das zu? Was ist da du? Dram sag mal direkt wenn du was siehst Ich hab Sepp im Blick Hier ist irgendwas getötet Ich sag dir direkt Bescheid Wenn ich irgendwas sehe Bei mir ist er in der Küche In der Küche? Alles klar Du Was war das denn für eine Aktion Sebastian Lenz? Ich dachte Peter lebt noch und hat Dalu gemacht Ja was soll ich denn alles machen? Ich dachte der kann dich einfach vergiften und dann abwarten dass der stirbt Aber der stand vor dir mit einer Shotgun Du wusstest dass ich dabei sterbe? Wie schnell soll der denn sterben? Ich wusste dass der da dran stirbt Ich dachte Peter hatte noch Dalu gemacht Ja Drei hab ich leider nicht geschafft Na Peter ey du Lutscher Du hast nicht mal geschafft Drei Leute kaputt zu machen Hat doch keiner gesagt Ja Peter ist ein unterhältig futziger Mixer ey Ohne Scheisse Da kommt der wieder Ich freue mich dass ich einen Burger kriege Und Peter ist wieder eiskalt Und drückt mir einfach mit der Shotgun Das war das Wechselgeld Das war so geil Vorher hab ich so aufgeregt Ich durfte nix sagen weil keiner wusste dass ich tot bin Ich durfte ich nicht mal muten ey BOOM Hier ist der Burger BOOM Ja aber Scheiss Maximal viel Ich hab aber gesagt in dem Moment einer gestorben ist Wow 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 Mach keine dumme einen Mhm Sepp Hau ab Oh Gott der geht mir auf den Sack Hallo 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 Christian Tag Sepp Was willst du von mir Hast du wieder Hast du wieder Paranoia oder was ist los bei dir Ich geh Dalo auf den Sack Ja Guten Tag Dalo Schönen guten Tag Schönen guten Tag Schönen guten Tag Schönen guten Tag Hier auf den Sack gehst So pass auf Jay Wenn jetzt hier einer reinkommt schießen wir ihm die Kasse entgegen Alles klar Mit der Schock Mit der Schock Ich Ich möchte aber nicht beim Rücken zu dir stehen mein Freund Ich hab ja hier kommt einer Meinst du hier kommt? LOL Alter ich bin geflogen gerade LOL Alter Ich hab auch in der Diske da reingebrochen Ich hab auch in der Diske da reingebrochen Hat mich mega erschrocken Da kommt auch ne Granate Das kann vielleicht ne Heilige sein Naja Hau ab ey Hau ab ey Das ist nicht cool Schießt Wow Hast du den Weg nach mich geschossen? Ich hab die Blume kaputt geschossen Eieiei Das hast du nicht gesehen Also Lebt Dennis noch? Ja hallo Ah ja Alles klar Eben auch Ganz hinten in der Ecke Oh Ne ist nicht cool Willst du von mir? Ah Ich will gar Oh Christian ist tot Alles klar Dalu ist Dalu hat gerade Christian mit nem Diege One-Shot gekillt Das war Als ob du das gesehen hättest Wenn das war Ne das kann ich aber Das kann ich aber Ein Schuss und dann Ah Wo ist der denn? Die Geschichte ist ja so an den Haaren herbei gestragen Ich hab mich verarscht das ist Christian gerade confirmed Ja Wo Dalu ist Ja irgendwo in der Nähe dann Dalu ist glaube ich bei dem Fassraum Der hat ein Fass vor den Raum gestellt Echt? Glaube schon Wer ist der andere Traitor? Bist du abgehauen Bram? Ne Der müsste da drin sein Doch du hast deine Position verlassen du Laberbacke Hast du da oben? Ja als du sagtest Da wär Mach mal von der Seite aus Ah Und Scheiß Warum nicht? Pass auf Pass auf vor Bram LoL So du Ficker Brenn du Lutscher Alter ist nicht cool Da ist er Der hat Schaden gekriegt Alter Was ist das denn? Hinter mir Ich hab keine Ahnung was gerade passiert Aber ich nehm halt stark an dass ich der letzte liberale Überlebende bin ne Ja cool Wer ist denn Seid ihr noch zu zweit? Ja wahrscheinlich wa? Das zackt jetzt der Balls Der Peter ist aufm Weg hier hin Er ist gleich da Boah Boah da hat aber direkt einer abbekommen Wie Dalu gewartet hat bis er endlich was sagen durfte Ich hab halt Peter Ich hab halt Peter kurz gesehen Ich dachte mir so und nicht dass er mich gesehen hat Ich hab aber vor allem Einen der drei Ja du hast da Position gewechselt das hat mich verwirrt Ja du hast gesagt Dalu einfach wieder alle gemacht hat Dalu weg snacken Zwei Schuss zwei Tote Dalu hat halt gerade echt ganz schön gesnackt Ne Dalu hat mich zweimal getroffen Du kommst einfach angelaufen weißt du und drückst mir direkt Diefen Schott Tod Ohne Spass ey Und Peter sagt nur weil er ein Diegelschuss gehört hat dass ich das finde Nein! Ja war ja auch richtig Peter das geht aber nicht Das ist ja übel Nachrede Geile 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 Schrottsohn Boah Peter lass beide Traitor werden Wollst du die Wollst du die Schrottse weg machen? Möglicherweise wollte ich das aber geht halt nicht irgendwie Du Sau Peter wir sind Freunde Ja schau mal Ja ja Wir sind Freunde Peter! Peter nein Ich hasse dich Peter! 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 Bram! Peter! Bram schießt einfach! Bram ist da drin und hat einfach da raus geschossen hat aber nicht getroffen zum Glück Es hat mich geärgert, dass er dich getroffen hat, ja, nein, Moment. Was wollte ich denn jetzt sagen? Keine Ahnung. Ist der Peter, Bram, dein Mann? Dallu hüpft schon wieder um mich. Peter! PHP? Oh, da macht er Werbung. Peter! Hey, alles cool. Leute. Okay. Sepp, du musst dich gerade zurückhalten zu protestieren, merkst du das? Ist mir alles egal, ich bleib hinten. Du bist jetzt auch gestorben. Du bleibst einfach da hinten, ich bleib einfach hier, alles cool. Ja, genau. Ja. Wie geht's das? Wie geht's das? Lass mich hier, nicht hinzufle 너무, ich bin. Doe ich mal hier, ja? Ich bin zuerst. Nein, du Bär ist schon wiederbelebt, ach kacke, ey, sehr gut, Sepp, guck mal, hast die Killermaschine wiederbelebt, hast selbst keinen Killer, aber ich hab das gemacht, das ist alles okay, fucking Peter, ey, Sepp war auch confirmed, alle gebaitet ins Badezimmer, hat er auch, hättest du mir glaubt, Christian, hätt mal wenigstens einen schon gehabt, ich hab dir geglaubt, aber Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich dann noch erwischt hab, Peter, ne, ich auch nicht, aber wundern tut mich das jetzt auch nicht, also, so weit würde ich nicht gehen Wie wert, wenn du das lässt, fucking Jay, warum denn nicht, wo willst du das denn immerhin tun, keine Ahnung, ich will nicht unter den Sitz verstecken, ich möchte eine Falle bauen Oh, ich geh scheiße, oh, Alter, da darf ich nicht hingehen, da ist direkt was explodiert Dalu, Dalu hat das Fass kaputt geschossen, was ich persönlich eine gute Sache finde, jaja, deswegen halt Kann man irgendjemand weiter reinwerfen, damit die anderen auch explodieren? Oh, Freundchen Ne, lass mal Na, Peter? Ja Wir waren doch gerade noch Freunde, oder? Ja, gerade waren wir noch Freunde, ja Jetzt nicht mehr Weiß ich nicht Dalu will Bullshit machen Ich hab nur geguckt, ob hier noch bessere Waffen sind Naja, nee, ist nur Klar Jawohl, komm schon Ja, alles klar Der Brammen Ist einer in dem Raum mit den Fässern? Ja Ne, ich werde, wie, ja Ja, Christian hat wahrscheinlich schon Genau Dann werden die alle explodieren Ach, guck mal, hier ist wer Guck mal, wer hier ist Ja, entschärft Ach, guck mal, der Peter ist, oh, oh, oh Du weißt, dass du verfolgt wirst? Was? What, what, what the fuck? Nein, wusste ich nicht Schups Fuck you Fuck you Ich glaub, wir haben das Twitter Ich glaub auch Kommt, Dalu, wir haben ein schönes Bettchen hier zu zweit In dieser kleinen Dunkelkammer da Warum steht ihr da beide so um die Ecke, oder? Ich bin ja auch nicht in Ordnung, dass Dalu das steht Am Arsch Ne Bombe, ne Melon wurde gelegt von Jay Wir können nicht raus, Peter Hier am Ausgang liegt die Okay, gut zu wissen Ist Quatsch Ist nicht Quatsch Hä? Hier ist sie hochgegangen Und ich lebe noch Jay ist Traitor, confirmed Echt? Bullshit Confirmed Ich hab'n gekehlt Peter hat den Zug Hallo Alles cool Also, Peter hat überlebt, das ist schon mal gut Sagt nämlich gerade sehr knapp aus mit dem Neben Bram und Christian noch Ja, beide, Christian auch Hab'n mich damaged gemacht Dann ist halt Bram Hallo, wir sind beide cool, ne? Ja, wir sind Ich bin damaged, hab'n gegen keinen gekämpft, außer gegen Jay Aber ich glaube trotzdem, dass du das bist Ja, warum sollte Jay mich denn anschließen, wenn ich so ein Twitter-Kollege bin? Mir wär's, wenn Sepp und Chris können sich Du warst doch gar nicht in der, in der Gegend von Jay Ja, der ist mir hinterher gelaufen Als die sagten, äh, als der sagte Bram wurde halt wirklich angeschossen von Jay Genau So kannst du das nicht sagen? Hallo? Da wurde gerade einer mit der Shotgun gemacht, ja? Ich hab ja wohl eindeutig Jay überführt Ne, da war gerade mit einer Shotgun, wurde einer gemacht Alles cool Sepp verfolgt mich, und jetzt bin ich in der Sackkasse Hier wurde doch gerade einer mit der Shotgun gemacht, das ist doch kein Wort Jetzt bist du, du hast den Shotgun und rennst mir immer noch hinterher Ja, weil ich hab nicht geschossen Peter Alles klar, jetzt wird ne Leiche weggetragen Oh, Jay wird wiederbelebt Und ich hab doch gesagt, dass es Bram war Hallo? Ich bin das nicht Doch Und Jay wurde wiederbelebt Christian, nein Das mag ja sein, aber ich bin das trotzdem nicht Doch, bist du Wieso soll ich... Oh, Moment mal ganz kurz Nächster Nicht schießen Nein, nein Da kommt ne Melon angelaufen Das bin ich Am Arsch Am Arsch Sehr schön Der hatte auch ne Melon, ey Weil du vielleicht schon anderes Weil du dein Defi hattest oder so Nee, aber den hab ich doch benutzt Achso Er musste mit E aufheben, nicht drüber laufen Achso, ah ok Ah, die Runde geht auf meine Kappe Wobei du hast mir kurz Alibi verschafft, dadurch dass du mich angeschlossen hast Ja, das stimmt Das war auch total absichtlich Was wolltest du, das soll das, Peter? Du willst mir einfach mal ne kleine Shotgun klauen oder was? Dafür kriegst du jetzt erst mal direkt gleich einen mit Okay, wollen wir wieder ein Spiel spielen? Nein, eigentlich nicht Das hat halt ganz gut funktioniert Wobei ich war Traitor Ich will das Spiel nicht mit dir spielen Ok, na cool Diesmal bin ich innocent, diesmal will ich das auch nicht spielen Oh, good name Ja, 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 ja Du wolltest das vorhin auch nicht spielen Als Traitor war's Erstmal bin ich in den Raum geflogen Ich bin jetzt wieder Traitor BAM Oh, ja Das stimmt nicht Das stimmt nicht Hier ist ne Melan explodiert Er ist bei mir und schießt mich mit Kassen ab Auf wen schießt du Christian? Alter, auf Sepp oder so Ich hab grad ne Melan so halb abgekriegt Lebt da noch einer? Nee Schieß einfach auf das, was da rauskommt Das hab ich gekillt Ja, dann müsse andere Brammen sein oder so Okay Ja, okay Wenn du das jetzt wieder willst Nein, das ist ein Traitor Ich hab ihn grade gekillt Guck, oben rechts steht's Ja, okay, okay, cool Was, was du das? Ja, ich hab nur die Waffe gewechselt Ja, Moment mal ganz kurz, Jungs Ja, Moment mal ganz kurz, Jungs Sehr schön gehört Oh, ey Oh, ey Da kommt der Brand direkt nach dem Start an Und rotzt mir die Melan ins Gesicht, ey Ach, Dalu, du Spielverderber Dalu, du Spielverderber Mann, das fand ich echt nicht okay von dir Ja, Glückwunsch an Dalu von seiner 2.5.6 Punkte Ja, ich mal Glückwunsch, Junge Oh, vielen Dank War ganz schön schwach von Peter mit seinen 34 Pünktchen Ja, dein Bruder ist auch ganz schön schwach Muss ich schon sagen Hm, nächste Runde spielen wir ja wohl Was spielen wir denn? Waterworld Kein Waterworld Waterworld, kein Waterworld Old Factory Wir spielen die Old Factory Haut rein, bis dann Ciao Dude.